Woche 16 Mehr als das Bequeme Vier Philanthropen beobachten politische Gefangene ihres Dorfes und jeder denkt nach, wie er ihnen helfen könnte. Der Erste spendet Geld, denn er sah, dass sie nicht genug zu trinken hatten. So spendete er die neue Wasserversorgung des Gefängnisses. Der Zweite beobachtete, dass sie auf dem kalten Boden schlafen mussten und froren. So sponserte er Matratzen und Decken. Der Dritte war Bauer von Beruf und offerierte ihnen jeden Tag frisches Gemüse. Sie alle dachten, sie würden etwas Gutes tun und den Bedürftigen wirklich helfen. Der Vierte fand heraus, wo der Schlüssel lag und befreite sie alle in einer dunklen Nacht. Die gewöhnliche menschliche Wahrnehmung fühlt sich in komfortablen Leiden eigentlich recht wohl. Viele Menschen haben sich damit abgefunden, dass sie in vielerlei Hinsicht Gefangene sind. Aber auch wenn ich leide, so habe ich doch wenigstens das gemütliche Wohlleben. Aus der Transzendenzperspektive handeln die ersten drei Philanthropen eigentlich grausam. Bequemere Armseligkeit tut nichts zur Befreiung dazu, sondern trönt nur den zarten Freiheitsimpuls zu. Lieber die Bequemlichkeit genießen und dafür alle Freiheit einzubüßen. Dies scheint das Lebensgredo vieler Menschen geworden zu sein. Das bequeme Elend, das behagliche Leiden, an welchem man sich gewöhnt hat, zieht man dann der Radikalität der Wahrheitssuche vor. Dies kann aber nur der tun, wer den Geschmack der Wahrheit nie gekostet hat. Denn in der ersten Ahnung des Wahren wohnt die Bereitschaft inne, augenblicklich alles aufs Spiel zu setzen. Der Sog, beim Greifbaren zu bleiben, ist immens. Doch all meine Konstrukte und Gebäude dürfen zusammenfallen. Die bisherige Welt und Lebenserfahrung waren nur ein recht anstrengender Akt des eigenen Festhaltens in einer illusionären Hoffnung um Halt. Die Gnade lässt einen Einwilligen der innersten Suche Folge zu leisten und wirklich alles loszulassen und sich Radha Krishna zu überlassen. Dabei gibt es Regungen in einem, welche dies völlig unmöglich erscheinen lassen. Man möchte eine Familie und sein Einkommen, seine sichere eigene kleine Welt und ganze Listen von unerfüllten Wünschen, welche man zuerst noch abarbeiten möchte. Die Menschen wollen all diese Dinge eben doch lieber als die Wahrheit, die ihnen unattraktiv vorkommt. Vielleicht erscheint im tiefen Eingestehen, dass man das momentan Angenehme dem Wahren vorzieht, ein Aufwachimpuls. Ich kann dem inneren Weg eine gewisse Mühsal nicht absprechen. Es scheint ein Weg zu sein von auch das noch zu die auch noch. Die innere Pilgerreise zu Radha Krishna ist nicht ein Sonntagsausflug, bei dem es um das Angenehme, Bequeme geht. Die Bereitschaft, Krishna unabhängig unseres Wohls und Wehes zu erfreuen, widerstrebt der kollektiven Absicht der Wesen, des gesamten Kosmos und auch den Samskaras aus unzähligen Geburten, die in uns gespeichert sind. Wir pflegen mit unserem Bewusstsein, nur um uns selbst und unsere Anhaftungsobjekte zu kreisen. Die Auslieferung an Ratha Krishna scheint für den Geist erst einmal unzumutbar. In der Gemeinschaft von entzündeten Bhaktas wird die Faszination für dieses Unbekannte geweckt. Wenn die Motivation für Bhakti effektiv nur für die Erleichterungssehnsucht steht, dann ist dies nicht genug. Was aber nicht heißt, dass das Begehen des Wegs zu einer Belastung zu werden braucht. Es gibt die Ernsthaftigkeit ohne Rigität. Ein glaubwürdiger Weg befindet sich aber jenseits von den momentanen Erleichterungen der Schwärmer, denen die Substanz fehlt. Zufriedenes Leiden bedeutet, dass man einen bequemen Alltag hat, maßvoll, angenehm, durchaus erträglich. Das sind die leidlich lauen Tage eines tief unerfüllten Menschen. Tage ohne besondere Schmerzen, ohne besondere Sorgen, ohne eigentlichen Kummer, sind aber noch lange keine erfüllten Tage. Die wirkliche Beschenkung Gottes wird einem erst gewahr, wenn man das Leben jenseits der alltäglichen Lauheit in die Wahrheit manövriert. Die Ahnung und der Geschmack zum Wahren hin wirken so anziehend und faszinierend, dass die alten Errungenschaften nun wie Staub erscheinen. Die Seele sucht nach effektiver Freiheit durch den Bezug zu Ratha und Krishna und sie will nicht einfach eine bequemere Art der Gefangenschaft. Das Ideal des temperierten Bürgertums ist nicht die Hingabe, nicht die Erschütterung der Wahrheit, die Vernichtung des Ego, sondern dessen sorgfältiger Erhalt. Unbedingtheit ist der Verbürgerlichung unerträglich. Die alte Ich-Rolle versucht sich in der gemäßigten, bekömmlichen Zone anzusiedeln. Das gelingt immer nur auf Kosten der Lebensintensität, die natürlicherweise auf das Unbedingte hinstreben möchte. Dieser brennende Lebensimpuls denkt aber nicht mehr an Erhalt und Sicherheit, sondern will Gottbesessenheit. Nicht Bequemlichkeit, sondern Freiheit. Nicht angenehme Temperatur, sondern tödliche Glut.